Ja du bist heute irgendwie so leise. Ich hab dich ja auf 129, 130 jetzt gezogen. Und mir dann schlagartig ins Ohr schreien. So erste Runde. Oh ich bin gespannt. Ja da hab ich gestern wenigstens mal ein bisschen Gold gemacht mit dem Kleriker. Ach den einen Fight hab ich so vermasselt, so selten dumm man. Da war ein Mage, dem hab ich schon eine übergebraten. Sein Mate wollte gerade durchs Portal, dem hab ich auch noch eine, aber der ist dann durchgerammt. Oh, zur Werder heldenhaft. Na man, ich schlag gnadenlos aus 10 Meter Entfernung vorbei. Hallo. Bist du nicht ganz dicht, sag mal. Oh hier, Insekt, Insektizid. Wir brauchen ein Insektizid. Ey wir hatten ja eine übergejagt. Ja das ist richtig dumm. Warte mal, kann ich ja mit dem Stab irgendwas machen? Oh ja, ich kann mit dem Stab in die Nüsse hauen. Irgendwie. Irgendwie nicht. Oh. Mann. 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 Okay, was denn hier? Von der anderen Seite. Ui. Komm. So und schon bin ich wieder geheilt hab. Hab ich eigentlich auch ja magische Angriffskräfte. Heels. Schild. Ne. Oh, 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 oh. Fast hätte ich jemanden die Keule auf den... Oh, 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 oh. Du. Aber ich seh das wie ne. Komm mal. Hopp. Ja eben, das hab ich nur gedacht gerade. Hä? So wär der... Ist wieder übelst. Das Movement-Talent. Geschwebt. Ich versteh das nicht. Ich will nicht was du machst, Matze. Oh, du bist auch drin. Wie hast du das gemacht? Ganz am Rand? Rechts am Rand, ja. Ich schmeiß schon die Scheiße. Achso, langlaufen oder springen? Achso. Ähm. Normal gelaufen und gesprungen dann rechts. Mach ich auch, mach ich auch. So hier drüben so, hier so. Ah, fast. Mann, das ist so Blödsinn. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh gleich durch die Tür. Wir können dem ja später abspringen vielleicht. Ja, wir kommen sonst wieder zurück. Ist doch nicht... Muss ich... Mann, das ist doch... Ich will immer... Ich steck... Ich steck mal die Waffen weg. Vielleicht bin ich da agiler. Warte jetzt. Kann sein, wegen deinem Move-Speed. Ja, das kann gut sein. Das ist zu langsam. Kann sein. Das gibt's doch nicht. Wir sind hier safe. Mann. Er kommt immer vorbeigeflogen. Aber so kann man seine Spielzeit auch rumbringen. Springt ihr dann oder was? Gibt's da einen Trick? Sag mal. Geht ja nicht. Ne. Irgendwie... Bei dem's klappt und der dann drin steht. Ey, du machst es einfach lange zu Ende eigentlich. Ach so. Fahr schon. Ja. Ich war schon einen halben Meter weiter vorne. Guckt ihr dann zum Eingang oder macht ihr dann seitlich irgendwas? Ne. Nur zum Eingang. Na, ich fall runter direkt. Ja. Später springen. Ja. Das sah gar nicht. Ich geb's auf jetzt. Leck mich doch. Das wird bei mir nichts. Bin zu doof. Ich hab was für dich. Für wen? Für den hier. Oh, da hinten ein Cleriker. Wie er rumtänzelt. Dümmlich. Komm, die schlagen mir eiskalt tot. Ja. Böse Ecke hier. Ja. Da vorne ist gleich so ein Magier, dieser Boss. Ich weiß nicht, ob wir das... Ach so. Haben wir Bogenschützen? Ja, einen, ja. Ja. Dann... Oh, oh. Die Zone kommt. Wir müssen auf alle Fälle rein. Und warte, bewegen, bewegen, bewegen. Ich geh ein Stück rein. Oh. Die schlagen uns verflut. Oh, da hinten ist doch was. Du Assi. Oh, sie kommen. Die Leute kommen. Ach, da bei dir. Alles klar. Ich komme. Ich komme. Warte. Was war denn das? Die haben mich totgeschlagen. Was für die? Alles voll? Boah. So, Werder. Warte. Ich geb dir Heilung. Das war der... Der Krieger. Ich hab dir ne Blase verpasst. Wer ist denn da? Wer ist denn jetzt gekommen? Jackson. Ah. Ja. Was geht, Matze? Ja. Ich hab dich gestern angeschrieben, aber... Du hast nicht reagiert. Ja. Ich bin schlafen gegangen, weil es war so spät. Aha. Oh. Und seit der Zeit nur auf die Fresse gekriegt. Ach so. Ich hab dann Solo gemacht. Ey. Hast du den umgebracht, Zoo-Werder? Die sind weggelaufen. Ach so. Warte mal. Dann nehm ich mal Bleispenders Harbe mit. Naja. Dann looten wir erst mal richtig. Ja. Belabt euch. Hm. Warte mal. Ich will mal Zoo-Werder erstmal hochheilen dann. Hm. Oh. Ich hab hier einen Stab. Oh. Warte hinten. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Boah. Da will dich doch schneiden. Boah. Der Hundesohn. Ja, ja. Das... Oh. Okay. Der hat mich glaube ich auch heilig. Das war's ja immer. So Werder. Was ist mit dir? Ich bin an der Fackel gestorben. Nein. Boah. Ein Arsch verbrannt. Geil. Ich wollte dich gerade hochheilen. Ey man stirbt wo an der Fackel? Ja. Also er hat mich eigentlich nicht getroffen. Ich weiß nicht. Hm. Warte. Ja der steht da ja. Warte mal. Wo steht denn das? Skeleton. Ja. Witzig. Aber er hat ja dich geschlagen. Aber gut. Vielleicht hat er so einen großen AOE oder so. Das nehm ich. Er hat so einen großen. Ja. Einen großen. Hau ich. Da kommt er wieder. Ne ich hau ab meiner. Du kannst nicht mal. Raus. Komm mach hin. Die Tür gleich kaputt macht den. Aua. Aua. Boah. Der hat die Tür aufmacht. Zu. Tja. Dirty. Hat er gerade kaputt gehauen. Ja. Ein Assi. Oh ich sehe ein Portal. Er kommt. Oh. Ja du hältst noch schwach aus. Ja das schaffst du. Ich hätte gern meinen Stab mitgenommen. Kommt er doch schon wieder angestiefelt. Ich hörs doch. Aua. Mach das auf. Das trägst Ding rein hier. Mann das ist aber auch so bescheuert. Ehe man so in so ein Portal kommt. Ja. Belzebub. Jackson. Altes Haus. Mann. Was ist denn jetzt hier. Komm ich hier nochmal raus. Ja. Wir sind leider jetzt schon voll. Ja. Aber vielleicht kommt ja nachher Dings noch. Norti. Weißt du. Dann können wir halt. Bilden wir zwei Gruppen. Ja. Hm. Ich denke mal dass er noch kommt. Auf jeden Fall. Denke ich auch. Das war echt krass. Ja der ist so schön. Wir müssen das Nest zerstören. Aua. Was war denn das. Was ist denn das. Achso. Eine Spinne unter mir. Fuck. Unter mir. Die waren doch nicht tot nassel. Die habe ich gar nicht gesehen. Oh. Ah hier. Eine Geheimtür. Alter. Geil. Ja. Hast du drauf gemacht. Oder? Ja. Ich habe sie. Ach. Zoowärter. Ah. Okay. Ja. War ein Buch. Hm. Oh ja. Der macht diese Feuerwelle. Ja. Das ist kacke. Aber wir müssen uns verstecken. Achtung. Er macht. Er macht. Er macht. Aber wir können doch nicht reinlaufen. Das Feuer. Ach. Oh. Der war aber schnell. Den hast du aber schnell. Warte. Ich heile dich. Warte. Rettung kommt. Heilung naht. Wo mache ich das? Wo ist das? Ah. Hier. Nein. Warte. Schön. Direkt voll geheilt. Jedes mal duckt, dass ich weg, wenn ich schieße. Gedöns. Der rennt aber schnell jetzt. Oh. Ja. Danke. Dann nehme ich die Bandage. Warte. Steps. Ja. Wir haben ja gerade noch ein Skelett. Oh. Komm. Lager dich zusammen. Wartet. Wir können ja auch. Wir haben erstmal eine gute Position. Ja. Boah. Mann. Ich habe mich doch gerade geheilt. Du blödes. Sie mimt noch. Sie mimt noch. Sie mimt noch. Pfeile kommt. Achso. Jo. Tschub, tschub, tschub weg. Warte. Ja. Lappen. Boah. Nicht wert, was ich nicht nehmen kann. Und ganz trotzdem mitnehmen kann. Mann. Ist denn das die Möglichkeit? Es mimt. Du hast echt Glück. Ja. Boah. Ich bin schon wieder halb tot. Oh. Nein. Geile Hose. Wasser. Ich heule mich mal eben am Feuer. Oh. Warte. Ich komm mit. Ja. Feuer ist gut. Da setzt du dich in aller Arsch wo hier hin. Mhm. Wir haben. Wir haben da feind rings rum. Ja. Die Messer wetzt. Ja. Ein bisschen. Kaiser. Ich danke dir. Herzlich willkommen. Grüß dich. Warst du ein blaues? Ein Schwert? Kann ich nicht nutzen. Aber ich nehme es trotzdem mit. Wenn es keiner von euch will. Dann pack ein. Dann pack ein. Geld stinkt nicht. Aber wir. Grüße Kaiser. Oh da. Hinterher den killen wir. Ja. Oh schön abgestochen den Hund. Hast du. Schön gemacht. Ich habe es gesehen. Warte. Oh Gott. Achtung. Das wird jetzt interessant. Blöder Pfeiler. Ich muss mal in den Rücken schießen. Nachladen. Nein. Zu mir. Hau ab. Oh bleib stehen du Hund. Zieh die Akku. Alter. Ja das ist ja. Komplett eigentlich im Arsch. Alter. Nein. Nein. So werter. Wir müssen. Nein nein. Muss wir nicht heilen. Muss wir nicht heilen. Vergesst nicht die. Wallspikes. Die haben mich gerade getötet. Oh ja stimmt. Mach ihn nackt. Geil. Äh. Wir. Ich brauche seine Seele. Du brauchst mich nicht heilen Mathias. Das ist. Weiß nicht. Also wenn es klappt. Ja. Ist nicht wichtig jetzt. Also überleben ist wichtiger als. Ja. Der hat ja auch eine Seele schon. Das Feuer Junge. Der hat das. So zusammen. Hier kam eine Fackel geflogen. Das dauert ewig. So komm. Wir müssen. Zuwärter. Noch irgendwie. Das ist mir ein Bedürfnis. Aber die Zone ist schon ziemlich klein. Ihr solltet lieber. Na ja. Exit gucken. Ah. Meistens ist in der. In der kleinen Zone auch kein. Wiederbelebungsding. Wenn man zu. Ach so. Das ist meistens außen. Na ja. Gut. So klein. Was eigentlich doof ist. Ich meine ja. Da sind noch drei Minuten ne. 2.40. Also. Viel Zeit habt ihr nicht mehr. Wo siehst du nun die Zeit? Rechts über der Karte. Jetzt ist sie gerade weggegangen. Geht bei mir auch keine ja. Oh ja. Guck. Hier komm. Aua. Raus mit uns. Drei Portale waren hier. Das war so geil. Wär so geil gewesen. Dass man auch so doof in die Portale reinlaufen muss irgendwie. Die sind ganz eigenartig. Das geile ist die beiden die da jetzt noch drinne waren. Die haben nur ein Portal ne. Also die kommen nicht mehr raus. Zumindest nur eine. Da kommst du ja daheim. Dann mach ich mir noch ein paar Tränke. Ich werde noch ein paar Getränke für uns mit holen. So. Ich hab für jeden dann hier so ein. Dreierstapel Getränke mitgenommen. 241. Mit einmal. Geil. Was denn? Cola? Ja. Alter. Dolchstücke. Schmuck. Alles. Ich hab auch gesehen, was Fleischfinder rausgebracht hat. Ach so? Wie hast du das gesehen? Wenn du tot bist, kannst du bei deinen Buddies gucken, was sie im Rucksack haben. Ah, okay. Ich weiß ganz genau, was sie rausgebracht hat. Ach. Aber wir hätten dich lieber gerne noch gerätzt. Aber. Ja. Wartet. Hier. Euer Drinks. Euer Drinks. Hier. Nummer 1. Nummer 2. Da. Hier. Ja. Ja. Warte mal. Lass. Lass. Bleistspinner erstmal schießen. Boah. Versteckt euch. Ja. Boah. Alter. Ihr seid Tiere. Oh scheiße. Da hinten sind schon wieder Spinnen am Start. Glaub ich hab ein paar Bar gehört. Boah. Spinne. Gibt's hier ein Nest? Ja. Letztens auch. Da kamen 15 solche Spinnen. Oh ja. Egalhaft. Das hört nicht aus. Oh. Hier ist noch so ein blöder Zauber. Boah. Aber ich würde sagen, den lassen wir links liegen. Greif doch mal zu. Alter. Ist das doof. Okay. Ich werde mal dezent rüberspringen. Oh na prima. Man. Ich hab nicht mal was gebracht. Weil du brauchst nen Picklock dafür. Hier liegt ne Falle. Hier hinten. Die kann ich ja mitnehmen. Die kann ich ja rausschmeißen. Ja. Was ist das für ne Flasche. Explosion Bottle. Okay. Du hast. Oh nein. Nein. Wie sagt der das im Inventar? Ist der dumm? Ja. Ausgefuckt. Der müsste mich beschützen. Ich opfer mich. 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 Das ist ne Kacke. Warum macht denn der sowas? Oh. Du schleppst jetzt über. Was? 200? Ja. Irgendwas. 200 und. Oh. Du bist ja noch ne Spur krasser als. Jackson hatte ja letztens schon. 70 hat er mit drin gehabt. Du machst immer komische Geräusche. Oh. Ach du Scheisse. Rettet mich. Lauf weg. Lauf weg. Ich habe gerade zwei von den Idioten am Arsch. Steps. Oder seid ihr das? Ja. Okay. Oh ja. Du stirbst doch eigentlich. So. Warte. Bleispender braucht Bedarf einer Heilung. Warte jetzt hier. Magie. Hä? Ach. Zoowerter braucht. Hä? Zoowerter. Warte. Du brauchst auch noch hier. Warte. Dankeschön. Bitte, bitte. Ey. Hier ist einer. Hier ist einer. Ein Kleriker. Aber er will nicht. Er will nicht. Er hat sich hingesetzt. Okay. Ne. Lassen. Lassen. Bleispender. Alles gut. Ich hab daneben. Ich hab da schon gezogen gehabt. Dann kannst du mit E abbrechen. Ne. Das muss man ja wissen. Und wenn dann. Dann kannst du zur Not auch noch woanders hinschießen. Hab ich ja. Ich atter. Es sah schon aus wie der Igel höchst selbst. Der Killer war wieder hier. Hä? Ey. Ey. Was ist denn los? Ich. Ich sehe keinen weißen Ring mehr. Ja. Wir müssen weiter Jungs. Wir müssen weiter. Ja. Ah. Da ist er. Ich dachte schon wir haben das Ende der Fahnenstange erreicht. Mr. Lootgeil. Aber Matze hat ja vorgesorgt mit Heilungstränken. Ja. Ich hab für dich noch ein. ein Schwert Bleispender. Geil. Dann komm ich ja mal wieder raus. Warte. Hier. Da liegt's. Geht das? Kannst du es benutzen? Stimmt nimm. Ob da? Wenn ich. Schläfst du mit raus. Kannst. Naja. Warte. Warte. Wir müssen zusehen, dass wir deine 200 Millionen rauskriegen. Das Buch ist doch nicht genau. Danke. Was mache ich damit? Bisschen. Das brauchst du. Kläriger. Tatsache. Aber was mache ich damit? Keine Ahnung. Wo kann ich denn das hin tun? Oh. Das kann ich da rein tun. Boah. Was ist denn hier? Ah. Ah. Okay. Verstehe. Verstehe. Nein. Wah. Mag ich einen Stab? Willst du nicht haben? Ne, ne. Den habe ich gerade weggeschmissen. Ja. Der bringt auch keine Kohle. Mann. Verschwindet die blöde Wolke mal endlich. Kann man sich jetzt hier links irgendwie. Sie läuft wieder zurück. Gibt es hier noch irgendwo eine Kiste zu looten in der Zeit? Leider nein. Dann lass uns zur Werder hinterher. Ja. Wenn die Wolken mal wegwerden. Ja. So Werder. Pass auf. Eine Kifftwolke kommt. So. Jetzt. Jetzt. So Werder. Ein Tier. Ein Tier. Ja. Rechts von uns ist ein Player. Oh ja. Es ist ein Skelett. Ne. Aber hier muss was sein. Weil hier ist irgendwie eine Kifftwolke ausgelöst worden. Ah doch. Hier ist doch ein Player. Oh. Hier ist ein Portal. Ich mach mich aus dem Staub. Sag ich. Ich komm mit. Das geht ja nicht. Nichts. Ne. Ich muss raus. Achso. Na warte. Ja. Mach du dich raus. Du hast ja 200 Millionen am Mann. Ja. Ich verpiss mich mal. Ja. Das hat mir ja keiner gesagt. Ja. Ich dachte der legt das in den Stash. So wie immer. Ne. Ach hast du noch nie was verkauft? Nö. Okay. Deswegen war mein Stash so voll. Ja. Da nimmt er das mit. Ich dachte wieso hast du denn jetzt keinen Platz mehr. Hast du Handschuhe zuwerter? Ne. Warte. Ich schmeiß welche hin. Ihr schafft das. Oh guck. Eine Kiste für dich. Einer für mich. oh da ist ein portal da unten ist auch eins danke zur wernung ich hätte auch das ungenommen nicht dass du oh nein man ich habe es doch gewusst er kämpft du schaffst es nein monster schön voll stich ihn ab stich ihn ab stich ihn ab ja geil geil ja ja geil so werter ist unser mann wie sagt wie sagt man die immer der verrückte ja so werter ist hat es drauf so dann ab durchs portal wie sehe ich das was zur werter in der tasche hat ja das habe ich aber ich habe auch schon gesagt in storage schreiben gleich wenn du verkaufst das macht gar keinen sinn warum sollte ich ich kann mir ja drinnen nichts kaufen für das geld ja ich gehe mal schnell eine halbe rauchen bin gleich wieder da bis gleich so das war ja in der tat geil wie er es gemerkt hat hat dem zuwerter machst du nichts vor eigentlich schon wo ist er denn aua irgendeiner hat mir eine übergesammelt blöden fichter jung ich grüße dich und danke dir für dein 13 monate das ist ja wohl der hammer alle 13 monate hast bist du schon dabei beim alten matzer cool freue ich mich dankeschön so und dann achso hier ist ja noch was wollte gerade sagen happy loot aber ne wie gib 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 ihm BBC ganze mal sehen ja wahnsinn in der tatsoll ich uns mal ein feuerhauen ne wir sind ja eigentlich noch....... wieder können uns mit unseren getränken erstmal hochheilen Dirk, hau dich hin Ja Danke fürs Reinschauen Drei Stück sind da drin In dieser Kammer Schade man, ich hab nichts zum schießen Sonst kann ich ja durch Durchs Fenster durch Aber Lass erstmal heilen wir uns erstmal hoch Nein, ich bin tot Ach shit Hätten wir die Hunde mal gelassen Beide sind tot Alter, du bist ein Tier Ich will den auch Ich will jetzt auch sowas spielen Alter Der Zoowerfer ist krass Liegt Alter, du bist doch wahnsinnig Warte, ich hol dich schnell Messer Ja Oh Noch müsste ich schaffen Ja Mach dir mal zu Hast du auch Heildränke mitgenommen, alles? Nee, du musst gleich Achso Der Zoowerter kann Dings holen Ich hol dich eben Ja, ah geil Hier ist ja schon einer Stimmt, hab ich ganz vergessen Problem ist, die Zone kommt gleich Du musst dich gleich heilen, ne? Ja Naja, ein bisschen haben wir noch Ein bisschen haben wir noch, ja Ich hoffe jetzt Bleispender klaut mir nicht meine Getränke alle raus Hier ist deine Deine Robe Liegt hier neben dir Danke Cool Oh, nackt, ey Lass mich immer durch Ich bin Arzt Das ist ja widerlich Ach, das bin ich gar nicht Aber ich nehme seins mit hier Hinter dir, Matze Schon Was ist denn das? Wer war denn jetzt schon wieder hinter mir? Ja, ein Hunter Koschke Hast du den kalt gemacht? Ja, habe ich Aber wir können den Scheiß Nochmal kann ich den nicht halten Nee, ich weiß Ey, wo kam denn der jetzt auf einmal noch her? Das geht doch Hinter dir Ja, aber wo? Wo waren da bloß drei? Oben kommst du noch Na gut, du kommst Wo das Skelett stand Da könntest du nochmal Da geht glaube ich Eine Treppe hoch Ja, da hast du verdient Oh, hier unten Oh, hier unten Portale ohne Ende Oh, wir werden alle drei so schön rausgekommen Oh, da steht noch eins Ich muss mich im Dreck rumwälzen Na, die waren schon offen Bin ich gespannt Bin ich gespannt, Junge Beide tot oben? Ja, ja Der hieß irgendwie im Hebel Aber ich weiß nicht, wieviel der ist Ah, auf der Heimtür Ich dachte, die haben einen guten Bogen für mich nicht Ah, geil Aber da macht Spaß Das wird gut Ach, Mann Was ist denn das? Oh, den kann man die Diamanten aus dem Schädel ziehen Geil Das hast du jetzt gesehen, ne? Was ist das? Scheiße Ich habe alles von dir dabei Schmeiße dich gleich hin Gut Ganz wunderbar Gleich kommt der Unruf auf dem Altar zum Vorschein Ich komme ja nicht runter Alter, ist er nackt, ey Wie komme ich denn hier runter, sag ich mal? Hä? Was? Hier sind noch die Heilung und so und alles Aha Geil Noch ein Auto, auch noch hier Muss ich erst mal anziehen, was du? Du bist noch nackig Ach so Ja Das macht doch nicht mal von selbst, der Idiot Du bist noch nackig Ja Kann ich den Dolch nehmen? Ne Ich habe hier noch einen Dolch Na, wenn du eine Waffe hast für mich, die besser ist als meine Ich habe hier einen Sticker, 18 und minus 10 Schaut das mal hin, ja Warte mal, ich gehe noch hier Ja Oh Ja, sieht gut aus Die Zone kommt, Jungs Jo, wo müssen wir lang? Ah, hier Ich öffne schon mal Ja Mäßig gut, aber ein bisschen besser ist das schon Ja Jeder Punkt zählt Ja, sag das Was habe ich denn überhaupt was denn für Skills? Ah, ich kann Wer hat Unsichtbar Und was ist das hier? Hier war schon jemand Okay Hier liegt ein totes Skelett Oh, ich habe einen besseren Dolch für Matze Noch einen besseren? Ja, ja, oder? Gibt es doch gar nicht Doch 22 Alter Ähm Damit kannst du ja zustechen Wie ein Wahnsinniger Oh, du hast zwei Messer in der Hand Geil Das müsste klappen Wieso Kann er das Nicht in die Hand nehmen? Du bist das Schild hier Er tut das immer irgendwie In dem Slot Hm, keine Ahnung Achso, der eine ist ein Secondary Du hast einmal eine Primäre Und einmal eine Secondary Ja, aber ich habe im Secondary Also in der zweiten Hand Habe ich auch noch eine Was macht Was machen die zwei Dolche In der einen Hand? Du kannst Rechtsklick auch drücken Dann schlägst du mit dem anderen zu Ah Hier liegt ein toter Bogenschützer Ja, hier waren auf jeden Fall schon welche Vorne ist ein Portal Ich habe schon wieder irgendwas weggeschmissen Oh Hast du voll Matze oder hast du noch Platz? Ich habe noch Platz Aber hier können wir noch ein bisschen looten Ja, warte, nimm mal hier Dann kannst du das schon mal Leg dir das mal hier hin Hier ist noch ein Schwert drin Im Bleispender Oh, ja, ja Oh, danke Das Dann mache ich mich raus Da habe ich schon mal ein bisschen Start-Kir Fürs nächste Mal Ja, genau Danke, Leute Die sind eigentlich ganz gut für dich Für die im Roxacont, den Typen hier Aha Achso Die haben Stärke drauf Oh, ja Also mit Waffenschaden Das tut dein Dolm eigentlich gar nicht schnell Cool Ich habe gerade reingeworfen Achso Danke Dann mache ich mich aus dem Staub Tschüss Leute So, da habe ich jetzt schon mal Auch mit dem mal schon ein bisschen Gold Auf der Tasche Ja Wo ist denn hier ein Portal? Komm, komm, komm Rot, rot, rot Unten war Blau, oder? Hatte Gold Heiltränke Oh, Rotterdür Eine Herausforderung für dich Da war ich auch schon drin Das ist die Hölle, Alter Aber das war aus Versehen bestimmt, ne? Ne, ich hatte auch keine andere Wahl Ich glaube, ich musste auch War kein Portal Bin ich dann hier rein Aber nicht weit gekommen Und die Tür ging auf Und ich fiel dann Zwei Sekunden später tot um Das ist Richtig krasse Scheiße hier unten Aber ich Hier unten sind diese Tentauchen Und Gargoyles Oder irgend so was So was Fliegende Monster Zulger, da würde ich das schon machen Ich bin mal gespannt Was er von Was er von Loot findet Herzlich Eine Augenweite Ja, Schlitzer Schlechthin Ja, Schlitzer McIrk Ja Immer schön in den Hals rein Ja Der Kehlkopf Das war's schon Für den Fahrter Irgendwie Steps gehabt Irgendwie Steps gehabt Irgendwo Ja Oder waren es deine Die ich gerade gehört hab Ja, macht's gut Ja, ja, richtig Profi Krass Oh, jetzt bin ich gespannt Was jetzt ins Ins Inventar wandert Goldene Kronen Jungfrauen Zehn Stück Nackt Wie Gott sie schuf Und Fett Und Fett Oh, nee Oh, was ist das Was kam da an, Alter Alter Nee Das sah nicht gut aus Nee Das ist der Nächster, oder? Mhm Ja, kannst du zumindest aussuchen Wo du stirbst Das stimmt Ich glaube Da hast du In dem anderen Raum Hast du mehr Fläche, oder? Ja Aber wahrscheinlich auch Mehr Monster Die dich beschießen Der ist relativ easy Geht Oh, da ist was zum Heilen Und der Hund Nö, nö Der wartet Ach, der wartet Der wartet Er wartet auf seine Chance Das sieht nicht gut aus Hm Ja, aber Das ist halt nur ein kurzer Angriff Das geht eigentlich Ja, guck mal Das Schild und die Hälfte des Lebens weg Ah Hells schreien, oder? Yes Ja Schnell gestorben ist er Hm, das stimmt Sind das Bogenschütze? Nee, aber so ein Magier Da oben wieder Das sind Bogenschütze, leg mich am Arsch Oh, da, ja Da, oioioi Immer schön zustechen Hm Immer schön zustechen Genau Oh Gott, Monsieur Oh Gott Oh, da war Schnell weg Geil Du wirst sehen, da schaffst du es noch Dann sowas Den Magier kann ich auch Aber da sind so viele Skelette um Ja, nee Lass mich nichts riskieren Machst nicht Hm Jetzt muss ich doch so darüber Aber die waren noch in einem anderen Raum Was ist denn das? Das ist Al Mohamed Junge, das ist die Heilige Mahou, Junge Ja Ja Sie kommt Sie kommt Die Heilige Mahou Das Ding zu Oh, hier, Hund Oh Der Skelett Oh, nein Es werden immer mehr, Alter Was ist das? Das ist der Minotaurus Alter, Schwede Nein Wo ist denn hier mal ein Exit, Alter? Gibt es denn sowas? Ja, Gold Reichlich Da, das meine ich Kargoyle Vieh Kargoyle Gut zu Aber zu, Werner wird ihn schon Zeigen, wo da mal hängt Wie du sagst das? Oh nein Mist Tut nicht gut aus Gut, er hängt fest Bleibst du da? Ja, genau Super Alter Ey, aber wie willst du denn hier rauskommen, Alter? Da ist nichts Du kannst nur vorbeirennen und Ja, aber wohin Ja Weg, Asma Da will ich auch nicht hin Oh, zu, Werner Geil Oh, aber Nee, nee, nee Das schaffst du nicht Da kriegst du eine und du bist weg Kannst Den schreien kannst du auch nicht nehmen Das blöde Vieh ist hinter dir her Oh, der auch noch Und eine Falle, weil es so schön ist Oh, scheiße Da ist vorbei Oh, so nah und doch so fern Nein Komm, 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 komm Ja Ja, geil Geil Oh, ey, geil Oh, ey So, Werner, du bist ein Wahnsinniger Alter So was krasses hab ich noch nie gesehen Alter Alter Oh, Alter Du hast es drauf, Mann Da kann man Ey, ohne Scheiß Wie, Sai närstens Oh, Alter Die working